Sachen gibt's? Die gibt's gar nicht. Und wenn man bedenkt, dass solche Sachen immer wieder passieren und dass dann vielleicht keine Musch da ist, die einem hilft, ja, da kann ich nur sagen, Angst und Bange kann's einem werden. Ja, komisch. Die Menschen haben doch Nasen. Aber riechen können sie anscheinend nicht damit. Vielleicht haben sie sie nur, damit sie ab und zu in ihre Taschentücher trompeten können. Seltsam. Bitte, Musch, rede leiser, wenn du schon reden musst. Ich arbeite. Ja, entschuldige. Bitte. Du hast doch auch eine Nase, nicht, Toni? Natürlich habe ich eine Nase. Was tust du damit? Riechen zum Kuckuck. Kann ich jetzt weiterarbeiten? Bitte. Gibt's eigentlich auch Menschen, die nicht damit riechen können? Musch, meine Arbeit ist dringend. Die Redaktion wartet. Trotzdem wäre ich dir dankbar, wenn du noch eine Frage beantworten könntest. Du sagst, ihr Menschen könnt riechen. Ja, zum Kuckuck. Dann muss doch ein Unterschied sein zwischen euren Nasen und den unseren. Ich rieche zum Beispiel auch, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Vorhin zum Beispiel bin ich einem Menschen begegnet, den ich nicht riechen konnte. Na und? Ich wäre nie mit diesen Menschen in seine Wohnung gegangen. Das verlangt ja auch niemand. Die Gisela ist aber mit diesen Menschen gegangen. Ach, weil wir hören, mal die Gisela, Gisela. Gisela kann sich ihre Freunde schließlich nicht mit deiner Nase aussuchen. Ich war aber kein Freund. Woher willst du denn das wissen? Wird dein Freund vielleicht so? Hallo, du da. Komm mal her. Ich? Ja, was ist denn? Du hast doch ein Fahrrad, nicht? Ja. Aha, dann habe ich dich ja schon. Dann geh jetzt mal schön mit mir. Ja, warum denn? Ja, weil du mich gestern Abend mit deinem Fahrrad angefahren hast. Da hast du meinen Mantel kaputt gerissen. Ich war gestern ja überhaupt nicht fort mit dem Rad. Ich erinnere mich aber ganz genau, dass du es warst. Und jetzt gehst du mit zur Polizei. Also ich kann beweisen, dass ich... Dann kannst du es ja auf der Polizei beweisen. Los, komm mit. Lassen Sie mich glauben. Also wenn du dich so wehrst, dann beweist du nur, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ich habe aber kein schlechtes Gewissen. Dann kannst du auch mit zur Polizei gehen. Ja, da ist sie mitgegangen, die Gisela. Ohne ihrer Mutter Bescheid zu geben? Na, wenn sie an die Nase gehabt hätte wie ich, wäre sie nicht mitgegangen. Na ja, es wird sich bei der Polizei schon alles klären. Wir sind doch nicht zur Polizei. So, jetzt müssen wir einen kleinen Umweg machen. Wir müssen zuerst zu mir nach Hause und den Mantel... Wenn ich Ihnen doch sage, dass ich den nicht kaputt gemacht habe. Gestern Abend war ich nämlich bei meiner Freundin. Die Polizei kann sich ja bei ihr erkundigen. Die glauben doch deiner Freundin und dir nicht. Und wenn ich noch sage, dass du sogar noch Fahrerflucht begangen hast. Mantel zerrissen und dann einfach auf und davon. Ja, wo gehen sie denn jetzt hin? Da gehe ich nicht mit. Du wirst ganz schön mitgehen, verstanden? Mit in meine Wohnung. Ja... Und die Gisela hat nicht versucht, davonzulaufen? Es ging noch nicht. Der Mann hat sie festgehalten, durch die Tür geschoben und sie mir von meiner Nase zugeknallt. Hab dann vor der Tür gewartet. Aber sie sind nicht mehr herausgekommen. Ja... Wie lange ist denn das her? Ach, schätze, nach menschlicher Zeit eine Stunde. Na ja, vielleicht sind sie inzwischen zur Polizei gegangen. Ach, außerdem, was geht mich das an... Du siehst doch, ich muss jetzt arbeiten. Toni... Du, ich hab eine Idee. So. Du kannst doch mit diesem schwarzen Kasten da mit allen Leuten reden. Mit dem Telefon? Kannst du denn nicht auch mit der Polizei reden und fragen, ob die Gisela hingekommen ist? Ob die Gisela... Na ja, anrufen kann ich ja mal. Ja? Ja. Aber wenn sich rausstellt, dass alles in Ordnung ist... Musch, dann lässt du mich weiter arbeiten. Ja. Na gut. M... O... P... Polizei... Zwei... Vier... Sieben... Niau... Fünf... Polizäre, wir sieben. Äh, entschuldigen Sie, ist in der letzten Stunde ein Mann mit einem ungefähr zwölfjährigen Mädchen zu Ihnen gekommen? Ein Mann mit einem Mädchen? Nein. Oder war der Mann alleine da und hat Anzeige erstattet wegen eines Mantels, den ein Mädchen zerrissen hat? Nein, nicht sehr gleich. Vielen Dank. Bitte. Ja. Hm? Wir waren also nicht da. Gibt es Menschen, die Kinder stillen und so? Tja, leider gibt es das. Aber man muss ja nicht gleich das Schlimmste annehmen. Vielleicht sitzt die Gisela längst zu Hause. Kannst du mit dem schwarzen Kasten da nicht auch bei der Gisela zu Hause anrufen? Ja, wenn die Familie Rieder-Telefon hat. Mal nachsehen. Ja. Brr, hier. Rieder. Rieder, Max. Ja, hier, Rieder. Tulpenstraße 9. Ja. Mhm. Drei. Sechs. Zwei. Zwei. Drei. Drei. Das ist nie mehr zu Hause. Du, Musch, die Gisela kann ja inzwischen auch zu einer Freundin gegangen sein. Oder sonst wohin. Und wenn nicht? Ach, du, ich mache mich nicht gern mit meiner Einmischerei lächerlich. Und das stört sich dann alles als ganz harmlos raus. Gisela hat bloß eine Freundin und das ist die Karin vom zweiten Stock. Also gut. Ich gehe jetzt rasch zu Merkels rauf und frage die Karin. Nicht? Und du saust um den Hausberg rum und durch den Hof und vielleicht dann auch noch zum Milchschlagen und zum Krämer und zum Metzger und schaust, ob du sie irgendwo entdeckst. Ja? Und wir treffen uns wieder hier. Ja. Die Gisela war weder bei der Karin noch sonst irgendwo. Jetzt schien mir die Sache doch unheimlich. Da gab es nur eines. Die Musch musste mir das Haus zeigen, in dem der Mann mit dem Mädchen verschwunden war. Nun, das war nicht allzu weit. Eine kleine Nebenstraße, ein Neubau. Kurz bevor wir da waren, kam uns ein Mann entgegen. Ein noch verhältnismäßig junger Mann. Ich hätte ihn weiter gar nicht beachtet. Wäre die Musch nicht dabei gewesen. Sie duckte sich, fauchte und sprang mit einem Satz auf den Mann los. So eine tollwürdige Katze. Gehst du weg? Geh weg, du Biest! Musch! Musch! Was machst du denn? Sagen Sie mal, gehört Ihnen das Vieh? Das ist ja allerhand. Ich bin total zerkratzt. Schauen Sie sich das mal an hier, an beiden Händen. An beiden? Ja. Sie bluten doch bloß an der einen. Die Kratzer an der anderen Hand, die sind doch nicht mehr frisch. Ach, die an der anderen Hand, die sind auch von der Katze. Das war vor einer Stunde nämlich. Von dem gleichen Drecksvieh. Wieso? Vor einer Stunde? Ja, das kann stimmen. Da habe ich Sie beobachtet, wie Sie ein Mädchen angehalten haben. Wo ist das Mädchen? Wieso? Welches Mädchen denn? Da vorne sind Sie in einem Haus mit ihm verschwunden. Ja? Dann suchen Sie es doch da, wenn Sie es so genau wissen. Halt! Halt! Den Mann aufhalten! Aufhalten! Niemand hielt den Mann auf. Er hatte mir offensichtlich einiges an Ortskenntnis voraus. Er rannte um die Ecke, dann in einen Hof, ich immer hinterdrein, sprang über eine niedrige Mauer und verschwand in einem Hauseingang und war wie vom Erdboden verschwunden. Na, ich stand mit ziemlich dumm im Gesicht da. Und jetzt erst fiel mir auf, dass die Musch weit und breit nicht mehr zu sehen war. Dann rannte ich zu dem Haus, das sie mir beschrieben hatte. Was schreckt denn das Vieh so? Hört denn das überhaupt nicht auf? Ja, vor dem Schuppen sitzt sie. Dir muss was fehlen. Doch ich habe schon mit Steinen nach ihr geworfen. Aber auch die bringen Sie nicht von der Tür weg. Das ist meine Katze. Wohnt hier in diesem Schuppen ein ungefähr 20-jähriger Mann? Nee, da wohnt niemand. Das ist so ein Werkzeugschuppen, den die Bauarbeiter haben stehen lassen. Wissen Sie, wer den Schlüssel zu dem Schuppen hat? Nee, nee, das weiß ich nicht. Hören Sie mal. Da ist sie drin. Wir müssen sofort aufbrechen. Hören Sie das? Ja, 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 ja. Brechen wir auf. Brechen wir auf. Wenn wir uns zu zweit gegen die Tür werfen, kracht ihr ein. Gisela. Ja, bist du's? Keine Angst, wir sind da. Also, dagegen. Eins, zwei, drei. Gehen! Hey! Gisela, was ist denn? Fehlt dir was? Mein Gott. Kannst du aufstehen? Die Polizei. Ich hole die Polizei. Gisela, kannst du aufstehen? Ja. Nun, ganz ruhig. Jetzt erzähl mal. Was war denn los? Ich weiß nicht mehr genau. Also, ich wollte nicht mitkommen, aber da hat er mich reingezackt. Ich habe mich gewehrt und da habe ich was über den Kopf gekriegt. Ich bin gerade eben erst aufgewacht. Oh, mein Kopf. Wahrscheinlich mit dem Hirnerschütterung. Hat er eine dicke Beule am Kopf? Mit mir ist dieser Kern ein Fisch. Was für einen Kern? Der das auf dem Gewissen hat. Die Polizei ist schon da. So was. Wie hat denn das passieren können? Ich habe alles zu Protokoll gegeben und bin anschließend mit Gisela zum Arzt gefahren. Na, es war Gottlob nicht so schlimm. Platzwunde und kleine Gehirnerschütterung. Aber bald konnte ich sie wieder nach Hause bringen. Ich brauche euch nicht so schildern, wie ihre Mutter, die inzwischen heimgekommen war, erschrocken ist. Und wie froh sie dann war, dass noch einmal alles gut abgelaufen ist. Herr Fister, Herr Fister. Maxl. Sie haben was versäumt. Da waren vier Polizeiwagen. Die Polizisten haben alle Häuser und Höfe durchsucht. Und auf einmal haben sie einen Mann zwischen sich geführt. Dem waren die Hände richtig gefesselt, wie im Fernsehen. Was du nicht sagst. Die Leute haben gesagt, dass der Kratzer von einer Katze den Mann verraten hat. Glauben Sie, dass das morgen in der Zeitung steht? Ja, das kann schon sein. Ich hatte keine Lust, über die Sache zu reden. Sie hatten den Burschen. Das war das Wichtigste. Tja, als ich nach Hause kam, wer lag da behaglich auf der Couch? Ja. Musch, Prachtvieh, da bist du ja, wenn wir dich nicht gehabt hätten. Mich und meine gute Nase, meinst du wohl? Du hast es großartig gemacht. Ich kaufe dir eine Wurst. Ach, was sage ich, eine? Die größte Wurst kaufe ich dir, die sie überhaupt gibt. Du weißt doch übrigens, die haben den Kerl erwischt. Wer die? Die Polizei. Ach, dann sind die Polizisten ja Menschen, die auch gute Nasen haben. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020